Und da sind wir auch schon wieder... Wie viel Prozent Karte habe ich jetzt aufgedeckt? 83. Nee, Moment, doch. Das hat sich ja noch nicht so viel getan. Ich dachte, jetzt bin ich fast fertig. Aber immerhin weiß ich ja schon, wo es weitergeht. Denn in der letzten Folge waren wir schon einmal zu weit rausgelaufen nach da hinten. Und dort erwartet uns... was? Überfallt das Gebiet unter der Kontrolle der Söneswanis und zerstört alle Anzeichen von Jormax Verdergnis. Zum Beispiel sowas hier. Da, weg mit dem Drachenbanner. Balliste, auch ganz schön. Boah, mit sowas wollen die auf uns schießen. Das werden wir noch austreiben. Hier ist ein Erz übrigens. Irgendwo in einem der Türme ist auch ein Aussichtspunkt, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, in welchem, aber auf der anderen Seite, glaube ich. Ich glaube hier nicht. Ich gehe trotzdem hoch. Das ist ein inoffizieller Aussichtspunkt hier. Vorsicht. Der zählt nicht, hat aber trotzdem Aussicht. Ja, interessant, ne? Jo. Kann man denn hier eigentlich auch noch... Ne, hier komme ich nicht raus. Aber hier, komm. Machen wir mal hier Faxen. Oh, oh. Oh, oh. Das schimpft die Mutti. Ja, 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 ja. Keine Spielereien. Juhu. Kann man auch auf das Eis? Ne, das Eis ist nur... Okay. Ich komme mal langsam wieder... runter. Ach, nichts passiert. Da... Großartig. So, und so kann man auch ganz schnell... runter. Zack. Ja, das ist wahr. Braucht man nicht ganz so lange, ne? Eben. Und hier haben wir schon unsere Feinde nochmal. Können wir gleich wieder... Punkte machen. Ich hab's auch jetzt schon fast, äh, auf 50% wieder. Oh. Und da wartet schon der Nächste, der Streit sucht. Macht gibt mir recht. Oh, in die Mitte, ne? Aber wie schön das glitzert, ne? Ja. So in einem richtig heißen Sommer. Und dann hier so lecker Eis. Mh. Ich glaub, das hat auch Schlumpfeis-Geschmack, wenn ich das mal so sehe. Ja, ist auch schon, aber nicht gewütet. Guten Tag. Ich gucke mal eben... Da ist ja auch ein armer Unterstand hier. Aussichtspunkt, Sehenswürdigkeit und Fertigkeitspunkt. Richtig. So, erst die Aussicht genießen gehen? Ja, ich geh mal davon aus, wenn ich das jetzt einfach so Stück für Stück ablaufe, mach ich unterwegs sowieso, wie im Zwanir. Um dadurch das Herz vollzukriegen. Was gibt hier eigentlich? So, hier funktioniert das sicher ganz genauso. Du hast die Karte hier sowieso schon auf 100%, oder? Ja. Ja. Oh, ein kleiner Balanceakt. Oh, das ist aber ein schneller Reespawn. Ganz schön viele Zacken hat das hier. Und da steckt gewiss der Drache dahinter. Wobei, eigentlich müsste er sich ja selber aufspießen. Habe ich eigentlich schon meine Fallschadenreduzierung? Ich möchte mal gerne was ausprobieren. Ich glaube, das war doch hier 50% weniger Sturzschaden. Ha, ich hab's überlebt. Guck an. Wo liegst du denn? Auf falsche Seite, ne? Nein, bei dir. Wo läufst du hin? Ich bin noch bei dir gewesen. Ah, okay. Von so hoch, ja. Das ist erstaunlich. So, wieder zurückstellen. Auren wirken auch auf Verbündete. Hoppla, Vorsicht. Ab und zu findet ja auch mal so ein Event statt. Weiß gar nicht. Ne, das haben wir noch nicht gemacht. Sonst hätte ich das ja schon. Das ist ein ziemlich heftiges Zipper. Ja, so. Herzchen ist voll. Gut, dann da oben hin zum... Sehenswürdigkeit ist auch voll. Ich glaube, die Tür geht auch nur mit dem Event auf. Sonst kommen wir da gar nicht rein. Richtig. Aber hier muss man irgendwie hoch, um zum Fertigkeitspunkt zu kommen. Ich glaube sogar noch ein bisschen weiter. Ne, auch nicht. Ne, hier sind wir. Ich bin richtig. Ach da. Jetzt kommen einige Turbulenzen auf sie zu. Da steht. Ich werde Jormark meine Stärke beweisen, indem ich die stärksten Kämpfer der Welt bezwinge. Wenn ihr euch dazu zählt, nehmt meine Herausforderung an und stellt euch. Und natürlich nehme ich die Herausforderung an. Ey, wieso geht das nicht? Wieso geht was nicht? Das weiß ich nicht. Ich bin gleich tot. Was ist denn? Ui, 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 ui. Ich kann hier nicht langlaufen. Ja. Mag an der Wand liegen, die da ist. Klar, voll ist mein Leben. Da ist meine Wand. Hoppala, der macht mir echt zu schaffen. Ja, die Ecke hier oben ist nicht einfach. Aber nur haben wir es. Wir kümmern uns auch ein bisschen hier um. Ist auch drüber gekommen. Ist der denn der oder die von außen und wollte rein oder war der von innen und wollte hier raus? Von innen und wollte raus. Aber warum? Weiß ich nicht. Weil man es kann. Ja, äh, brauchst du noch was hier? Herzen ist voll, ne? 80 Prozent. Äh, mir fehlen noch drei Herzen. Eine Wegmarke. Drei Sehenswürdigkeiten. Eine Fertigkeitsherausforderung. Den Rest habe ich. Wenn wir so nach, äh, Osten rüberwandern, dann kommen da unsere nächsten Ziele. Dann wandern wir nach Osten. Ich lasse dir jetzt einfach mal hier Svanier sein und, äh, renn da durch. Ja, aber warum da? Also ich hätte jetzt den linken Weg gewählt, damit wir sonst im Norden rauskommen. Aber ist ja egal. Hab ich gehoppt. Wiesst du, was da aus dem Schlot rauskommt? Rechts von dir? Ja. Interessant, ne? Berät doch, dass da wohl eine Höhle sein muss. Ja, war hier drunter denn nicht, äh, im Zusammenhang mit einem der Events, diese, äh, dieser Dungeon der, der Feurigen oder so? Da waren wir noch drin. Ja. Fertigkeitspunkt ist ja auch noch zu machen, ne? Oder nicht? Ja. Ich meine, um die Ecke rum. Ich besuche gerade, wo der ist. Der ist hier um die Ecke rum. Ich muss ja erinnern. Komm, muss man hier rein in so eine Höhle. Hier. Hier. Tatsache. Entweder ist es hier oder eine andere. Also ganz verkehrt, das sehe ich aus. Ja, ich kriege gerade gesagt neues Land. Also ich war hier noch nie. Ach so. Deswegen muss es noch ein weiter gewesen sein. Doch, da ist das. Da oben ist das. Merkwürdig. Stimmt, hier ist doch die... Ach, ich bin an deinen Eingang gegangen. Hier gibt es noch einen Eingang. Ah, das erklärt es natürlich. So, was muss man denn hier machen? Kommunizieren nur. Das ist schön, das kann ich gut. Oh, lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, ja, ja. Sie hat mich unterbrochen. Das ist natürlich auch eine Veteranenspinne. Magst du nicht mal mit der eben spazieren gehen, dass ich in aller Ruhe... Ja. Ich bin ja die ganze Zeit hier am kämpfen und habe mein halbes Leben schon geopfert für dich. Also du hast doch noch ein halbes Leben übrig. Mhm. Das soll natürlich dir gehören, ist doch klar. So ist recht. Geschafft. Ich habe auch noch gar nicht meine Post aufgemacht schon gerade. Dann kannst du dich ja dazu. Böseln. So. Wenn man sich unbedingt mit dem Kruppzeug hier prügeln muss. Natürlich. Da bin ich. Wo sind die bösen Spinnen? Aber ich glaube, jetzt ist alles schon ein... großen Teil. So. Ich sammle noch eben das Kupfererz auf. Und dann müssen wir uns mal Richtung... Ah, im Süden ist noch ein Herzchen. Nichts wie raus hier. Das wird keinen Schotverstand. Hier am Berghang entlang war da auch noch irgendwas. Ja, da ist doch, äh, die Geschichte mit, äh, dem, dem Sohn von... Wie heißt du noch gleich? Von er. Genau. Da waren wir ja mit ihm drin. Aber hier ist noch ein Herzchen zu machen. Ist das schon erledigt von dir? Ne, das ist das, was mir hier noch fehlt. Mit einem Doljak-Kalb interagieren, um es zu fangen. Hallo, darf ich mit dir interagieren? Darfst du, aber dann ist Mutti böse. Ach, die beruhigt sich schon wieder. Nee, du bist auch interagiert. Lass doch die, die haben... Irgendwie bringt das nix, das ganze Interagieren. Der Balken geht kein bisschen länger. Du kannst fangen. Du musst auf Fangen drücken und dann hast du es. Das ist nicht so einfach. Du musst gut bei ihnen stehen und dann klappt das Fangen. Ja, da steht dann zwar immer Einfangen und ich werfe ein Netz, aber... Ja, und man kann es auch schaffen. Aha, wie oft muss man das... Das ist ja sinnlos. Du musst das jetzt vor allen Dingen begleiten. Wenn das alleine läuft, kommt ein Wolf und es ist... Nicht immer, aber manchmal. Ich passe ja auf das hier auf. Ich passe ja hier auf. Da kommt noch ein Ochse. Die sind auch noch weit oben. Da kommen, glaube ich, keine Tiere. Die ganze Horden kommen da, Dämonen. Okay, die werden es wohl schaffen. So, jetzt bist du zahm. Lass die doch. Die hat doch... Ach. Egal, wir sind ja keine Veganer. Ich wird eingepöpelt. Ich bin sicher an hier. Du bist schon unterwegs, was zu knuspern. Oh ja, lecker Schweineschwarze. Guck mal hier, jetzt habe ich hier drei Kälbchen für dich organisiert. Komm. Ja, ich brauche, glaube ich, nur noch dieses eine hier, wenn das ankommt. Oder... Ich glaube, das ist sogar schon zu viel, wenn das da hinten ankommt. Ne, nicht. Das zählt nicht. Ab welchem Punkt zählt es denn dann, wenn man sie eingefangen hat? Äh... Jetzt sind sie gleich wieder. Du entkommst mir nicht. Ah, geschafft. Hier ist noch eins. Vielleicht zwei. Ich habe fertig. Ach, bist du schon fertig? Ja. Super. Gut. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Wo fehlt denn da noch was? Hat doch alles. Da müssen ja irgendwo noch zwei Herzen sein. Dann können wir die mal gemeinsam durchgehen, die Herzen. Du weißt ja, wie es immer läuft. Ja, aber Herzen sind ja jetzt nicht so klein, dass man sie mal einfach übersieht. Ah, ich ahne was. Okay, dann müssen wir jetzt nach Südwesten rüber. Ganz auf die andere Seite. Und wir müssen übrigens schon wieder einen Cut machen. Ich passe immer nicht auf. So, Cut.